Ja, da sitze ich da in meinem Vent. Lärdpegel angenehm. Schön gekühlt. Fühlt die Anlage an. Zweite Stufe. Viel schöner als im Achtungsaal. Keiner muss an der Schaltung. Da geht alles elektronisch. Ohne Übung. Saatmenge. Ich habe hier schon ein Loch geschlossen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich da wieder ein bisschen zu viel sehe. Und jetzt, ja, ich kann die Brille nehmen. Das ist das Problem. In 31 Jahren. Schauen wir da mal rein. Sollte auch wieder gut fünf Zigarren sehen können. Sonst ist es zu viel. Was drin? Das ist eigentlich leer. Dann werde ich sonst noch einmal korrigieren, bevor ich die nächsten 20 Kilo reinschmeisse. Ja, was ich auch liebe, mein Vent, den Mario. Ich wende da mit der gleichen Tourenzahl wie im Feld. Und zwar sanft. Ohne Rücken. nimmt. Und er dreht an mit 1.900 und WU und dem Motor. Der läuft an wie eine Nahmaschine, oder? Die Maschine hinten absenken, das Abfälle schaltet ein. Weil jetzt hast du den Drücker und der Selfie designiert 4 Stundenkilometer. So einfach geht es mit dem Fendt. So, die Saab wird wieder gewalzt. Aber diesmal mit meinem Fendt. Oh, viel, viel schöner, viel ruhiger, viel kühlere.